hallo und willkommen zu einer neuen folge minecraft enderia mit mir den hero crafter aka seldermann mit der übelst krassen flaming obsidian rüstung und der peter den man komischerweise immer noch nicht schlagen kann und dem baby hero der eine axt hält und ein bisschen aus dem fenster guckt baby hero gefällt dir das da draußen wir gehen noch mal irgendwann gehen wir mal zusammen handen leute heute leute wollten wir mal ein bisschen die bude umräumen beziehungsweise mal anfangen hier die wände zu dekorieren und aber vorher gucken wir in den briefkasten weil die leute sich letzte folge aufgeregt haben dass ich nicht in den briefkasten geguckt habe leute ich kann nicht hier mal den briefkasten gucken lol ein brief neuer brief das rezept so fehlt hier ok ok buch und ein wort book hier war dann gucken erstmal hier hallo deine alte dimension ist in gefahr hier eine warpage damit du deine reise antreten kannst viel glück liebe grüße wer ist das leute punkt 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 hä wer ist das leute wisst ihr das leute wollen wir das wirklich machen ich weiß nicht ich wollte die leute bei der wand dekorieren wieso wieso kriege ich immer dings wenn ich mein haus umräumen möchte peter kannst du das nicht für mich machen nein baby hero willst du auch nicht das ding hat mich gerade oben aufgeregt sorry leute ok leute geh mit drauf was ist das für ein stein poliert dann never ziegel hä was ist das ach können wir dann wieder die scheibe machen ok leute wollen wir hier wirklich rein leute eigentlich will ich das nicht aber sonst werde ich wieder von der community wieso machst du das nicht ok leute für euch ok wenn ich sterben sollte leute hilfe ok 3 2 1 los leute lol wo sind lol erde und was ist das 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 close down was ist das hier alles soll ich mich ich muss mich da hochbauen ne ah deswegen ok Leute die haben mitgedacht aber wo bin ich hier lol mein zeug ist weg hä wo ist mein wo ist mein zeug aber lol wo sind wir lol lol was ist hier passiert lol warte mal das ist lol das ist mein altes schwert meine alte spitzhacke mein alter bogen und mein essen aber wo ist meine rüstung ist auch weg lol Leute nein sag mir nicht wir sind lol wie sieht der bogen genannt aus spitzhacke nochmal schwert auch nochmal nein sag mir jetzt nicht wir sind in doch Leute wir sind in blood hero gucke da ist der riesenbaum aber alles ist hier so kaputt da ist das rainbow scharf aber lol hä Leute warum sind wir wieder hier aber warum was alles ist kaputt meine trophäen mein mein fernsehen selbst mein haus ist kaputt lol was ist das mein alter ist auch kaputt baby heroes also das haus lebt noch so weit wie ich sehe ja aber hier ist das portal hä hier ist ne kiste lol royal guardian sort hä lol ich hab zwar schon nen bogen ok lol hamburger rüstung und nochmal nen bogen hä lol Leute kann mir mal jemand sagen warum wir hier sind lol mein alter enchanting raum ähm das war geplant kann ich damit auch den altar kaputt machen ok Leute ich hör mal auf aber was machen wir hier lol guckt mal Leute oh hä hä wieso fliegt hier ist hier ist meine alte farm lol was ist hier passiert Leute seht ihr das das da in die richtung da hinten Leute ich glaube hier passiert irgendwas schlimmes Alter was ist hier passiert what the fuck was ist das was was ist das Leute Leute kann mir jemand sagen was das ist ah ich kann den von hier treffen aber ich werde übelst zurückgebustet Leute wenn es ruckeln sollte tut es mir leid aber was ist das wer ist das what the fuck was macht hat der das hier alles kaputt gemacht oh mein gott oh mein gott oh mein gott Hilfe ich kam gar nicht an den rand oder Leute wer ist das what the fuck oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott was soll ich machen was soll ich machen Leute was soll ich machen was soll ich gegen den machen Leute mir fällt jetzt erstmal auf wie lange das Schwert ist was soll ich gegen den machen Leute ich erwischte nicht mal mit dem Schwert ne warte mal warte mal ich habe eine gute Idee wir dürfen uns jetzt nicht erwischen leise noch ich glaube er sieht uns oder okay er hat uns noch nicht gesehen er hat uns noch nicht gesehen wir versuchen so weit hoch zu gehen wie es geht Leute wer kennt die Folge noch als ich auf den Baum geruch oh Gott hochgegangen bin der schreibt es mir in die Kommentare wer kennt überhaupt Platio das würde mich auch interessieren so weit wie es geht hoch ich habe einen Frosch gehört lol was ist das oh ein Hamburger zum Essen eine Spitzhacke die ist stärker als ein Schwert was ich in Enderia habe aber warum bin ich jetzt wieder im Platio wie komme ich wieder zurück nach Enderia Hilfe wie soll ich den besiegen habt ihr euch den mal angeguckt ach da unten da muss ich hin nein 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 ok also mit Bogen oh Gott ok Leute ok ok im Wasser kann er nichts machen ich sehe nicht mal wie viel Schaden ich dem mache ich erwische ihn oh mein Gott aber was hat er da verteidigt das war aus wie ein Tempel ne aber der 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 greift wirklich alles an der hat komplett alles platt gemacht ok Leute wir versuchen weiter der hat wirklich alles kaputt gemacht alles was wir uns je aufgebaut haben warum macht der sowas da den Tempel oh nein macht den Tempel kaputt oh ich habe die Rüstung jetzt rausgefunden wie die funktioniert oh mein Gott Leute wir haben es geschafft oh mein Gott wir haben dieses Riesenmonster besiegt ich sammel erstmal hier alles ein Leute ich laufe schnell zu dem Tempel und dann gucken wir was in dem Tempel war bis gleich Leute wir haben ihn besiegt wir sind auf diesem Tempel den er zerstört hat guckt euch das doch mal an alles ist kaputt Alter was ist hier unten drinnen lol was ist das Blood Hero Warte mal es gibt ein Schwert von Blood Hero lol Leute guckt euch das mal an Leute ein Schwert Blood Hero wie kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück Leute ich bin gerade übel aufgeregt Blood Hero kann ich das kann ich das mitnehmen oder muss ich das ne kann ich ich nehm es mal mit Leute ich gehe mal zu diesem kaputten Portal wir sehen uns gleich wieder bis gleich Leute oh mein Gott guckt euch das an Blood Hero ein Schwert Alter Leute da war hier nix ich hab bloß das hier das auffälligste den auffälligste den auffälligsten Ton gefunden komm ich da jetzt zurück oder komm ich da ins Land Leute das auffälligste bis gleich runter in die ewigen Tiefen des Blood Hero ciao Blood Hero danke für das Schwert Boah Leute wo bin ich ich bin auf jeden Fall nicht im End ich hab Blood Hero aber mein anderes Zeug ist schon wieder weg wo sind wir hallo wo bin ich Leute hier ist ne Höhle wir sind zu Hause Leute wir sind zu Hause oh mein Gott wir haben Blood Hero ne kein Brief das Hauptschwert leu ok ok hier sind meine Sachen Leute ich hab Blood Hero also ich Leute ich war ein Blood Hero hab ein Monster bekämpft was gefühlt 80 mal größer war als ich größer als du äh Peter und ich hab gewonnen ich hab einfach gewonnen Leute ne mein Pad behalten wir Schwert da rein und Leute guckt mal was ich mitgebracht hab ich hab Blood Hero oh mein Gott ist das ein geiles Schwert Alter Leute ich hoffe euch hat die Folge gefallen lasst ein Like da abonniert wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die Glocke dass ihr kein weiteres Video verpasst in dem Sinne hoffe ich wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es heißt Enderia haut drin bis dann und ciao Leute